Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich heute im oberbergischen Lindlar. Ein Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge forderte den Einsatzkräften dabei einiges ab. Am heutigen frühen Nachmittag kam es gegen 14 Uhr in Lindlar-Neuenfeld zu einem Frontalzusammenstoß zweier Personenkraftwagen. Wie sich der Unfall ereignete und warum sich dabei beide Fahrzeuge auf der Fahrbahn trafen, wird zurzeit durch die Unfallermittler der Polizei und einen Unfallsachverständigen ermittelt. Die beiden Fahrer der verunferten Fahrzeuge, ein Mann und eine Frau, wurden in den Fahrzeugen eingeklebt und mussten von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Der Fahrer des verunferten Audi wurde schwerst verletzt mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Für die Fahrerin des verunferten Kleinwagens kam jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehr stellte neben der technischen Hilfe auch den Brandschutz an der Einsatzstelle. Weiter waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes, sowie der Polizei im Einsatz. Die Straße war für mehrere Stunden in beide Richtungen vollgesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.